Wie wird Deutschland wohl gegen USA spielen? Was wird der denn wohl bei mir orakeln? Deutschland gegen USA. Das hier läuft wieder bis etwa 98. Dann wird letztlich das auf 0 zurück wieder. Jetzt drückt er irgendwo drauf und USA soll 1-0 führen. Und Deutschland 1-1 aufzeichnen. Jetzt 1-1, das geht ja, wenn du 1-1 spielst. 1-1. Wollt ihr? Die Hälfte ist verstrichen. Sagt er noch mehr Tore? Oder bleibt beim 1-1. von ihm. Hm, was macht der denn wohl noch? Und? USA soll noch ein zweites Tor schießen. 1 zu 2. Und? Das war dein Tipp. 1 zu 2.